Ah, nice! Ah, nice! Ja, Mama? Ich war wieder shoppen und hab dir ein neues T-Shirt geholt. Guck mal, wie schön das ist, ne? Eine neue Hose. Eine neue Jacke. Neue Schuhe. Und eine Cap. Das Schöne daran ist, man kann sogar die zwei Ohren rausklappen. Cool, ne? Mama, ich hab doch gesagt, du sollst aufhelfen, für mich shoppen zu gehen. Was ist das? Ich will das nicht anziehen. Ich zieh das nicht an. Sieht doch schön aus. Ja, genau. Da geh ich auf keinen Fall raus. Nein. Mama, ich geh kurz zu Aris was abholen. Ja, ich bin gleich wieder da. Wenn du dich das anziehst, was ich dir gekauft habe, gehst du nirgends wohin. Wie? Nein! Nein! So geh ich auf keinen Fall raus! Was sollen die von mir denken? Nein, Mama! Ich will das nicht anziehen! Die lachen mich alle aus draus! Nein! Ich zieh das nicht an! Nein! Was zum Teufel hat der da an? Was glotzt der so dumm? Was ist das? Bruder, ich bin's! Wie? Wer bist du? Ich bin der Nice, Bruder! Niemals! Nein, Mann! Nein! Ich bin der Nice! Bruder, das ist witzig, ja? Ja, Mann! Ja, Mann! Wer bist du? Ich bin der Nice, Mann! Wollt dein Mann hier shoppen? Ja, Bruder! Auf jeden Fall wollte ich nur meinen Akku abholen. Ja! Okay, ja! Komm rein! Der Arme! Anna, jetzt komm mal auf dich! Sie hat dir richtig geile Schuhe gekauft! Ja, bestimmt! Bestimmt! Bestimmt sowas, ne? Geile Schuhe! Sehr geil! Ich will die Schuhe einfach! Ich will die nicht! Von mir aus kannst du die haben! Wirst du nicht? Ja, okay! Dann nehme ich die dann! Boah, Bruder, zieh dir mal eine neue Schuhe rein, Alter! Du wolltest ja nicht, ne? Guck mal! Boah, geil, Alter! Boah, geil, Alter! Geil! Und nochmal, Dankeschön für die 150 Abonnenten! Und macht auf jeden Fall weiter so! Wenn ihr 500 Abonnenten geschafft habt, kommt auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Abonnenten! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!